Die wichtigsten Eigenschaften für den Projektentwickler sind sicherlich, dass man flexibel ist, dass man aufgeschlossen ist, man muss offen durchs Leben gehen. Da draußen sieht man, was die Menschen brauchen. Das muss man aufnehmen, verstehen und das umsetzen in der Planung, in der Realisierung und das möglichst in einem richtigen Preis-Massungs-Verhältnis. Das heißt, der Projektentwickler muss offen sein für alles das, was im Leben passiert und das analysieren und dann entsprechend umsetzen.